Hallo, ich bin Steffen aus Berlin und bin 24-7 alleinerziehender Vater. Ich habe eine kleine Tochter, die jetzt bald vier Jahre alt wird. Und Vaterschaft bedeutet für mich, da zu sein. Da zu sein in jedem Moment, wo ich gebraucht werde. Und nicht nur einfach hinter einer raschenden Zeitung sich zu verstecken, sondern wirklich Interesse zu zeigen. Und nicht nur zu zeigen, sondern auch Interesse zu haben. Vater sein kann die schönste Erfahrung der Welt sein. Und ist unheimlich wichtig für die Kinder. Für die Mädchen ist ein Vater ein Mann zum Üben. Für die Jungs ist ein Vater auch irgendwo ein Vorbild. Und für die Familie ist ein Vater jemand, der sich überall mit einbringt. Der nicht nur guckt, was für ihn am lockersten geht, sondern der wirklich da ist und wirklich sich an dem Ganzen mitbeteilt. Das bedeutet für mich aktive Vaterschaft. Das bedeutet für mich aktive Vaterschaft.